Halt Freunde, kurze Freunde von Buss, kurze meine Freunde. Anne-Maria will irgendwie so Schildo überreden, Karriere doch nicht zu beenden. Verdammt mal, jetzt geht Anne-Maria. Digga, dein, 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 dein Ehemann hat seine Karriere komplett versaut, indem er mit Gangster-Rap-Kostüm angefangen hat, indem er sich in Talkshows gesetzt hat, indem er mit der BILD und RTL zusammenarbeitet. Für das, was er damals gestanden hat, der BILD, der Gangster-Rapper, er hat sein Image komplett kaputt gemacht, wer soll die Musik noch kaufen? Wer will denn einen 30er-Verräter, Unterdrücker, Verkäufer, seinen Arsch und alle Verkäufer seine Prinzipien verraten? Wer will von jemandem so jemanden Musik haben? Keiner mehr. Da könnte er, keine Ahnung, Watchtion, Skyline 3 rausbringen, keiner wird es mehr haben wollen. Image kaputt, lerne doch mal vom Marketing, was ist denn los? Karriere zu Ende forever, kommt nie wieder zurück, man. Okay, meine Freunde, ist fast ein Fünf-Buss. Abonniert, gleich, ich vergesse meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.